Dann mach ich mal weiter. Ich hab zwar angekündigt, dass ich am Wochenende... Ah, okay. Ich hab zwar angekündigt, dass ich am Wochenende spiele, wenn mein Twitter-Feed verfolgt. Jedoch kam ich absolut nicht dazu, da ich gestern die ganze Zeit im Bett lag oder auf der Couch mit tierischen Magenschmerzen. Und da ich die nächsten Tage auch recht viel zu tun hab, hab ich mir gedacht, ich werd einfach heute nochmal schnell eine Runde spielen. Ansonsten mach ich eine ewig lange Pause. Wie hält der denn aus? Was... was... was ist das denn? Okay. Nicht da... Sieht aus, als kennt man hier drauf. Kann man aber nicht, okay. Gut. Was... was ist das denn? Wie soll ich da dran kommen? Äh... Ich geh einfach mal weiter. Ich schick doch ihr die... Ich weiß ja gar nicht, ob ich die Gegner besiegen muss, oder... Danke. Ach ja, komm! Jetzt haut er ab. Was ist das denn? Können wir echt ein paar Gegner wieder ein Herz geben? Finde ich super. Ach, komm! Und jetzt geht's zum Endgegner, oder wie? Toll! Ich glaub, jetzt werd ich mein erstes Leben verlieren. Gut. Oh, okay. Kein Endgegner. Äh... Äh... Was? Was? Da links wär ich in den Stachel gesprungen, ja. Okay. Da wieder... Oh, okay. Nicht am Rand runter springen. Das ist ja fair. Muss man... Was ist das denn? Was ist das denn für ein Vieh? Ach, komm! Oh, und... Klar, der musste mich jetzt treffen. Ja! Was? 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 Was ist das denn für ein Spiel? Gut. Probieren wir... Jetzt der Endgegner. Okay. Was macht der denn? Okay, der rennt einfach nur rum und springt. Gut. Okay, da... Ah! Okay. Es sollte zu schaffen sein. Was? Was? was passiert da überhaupt jetzt sind alle meine chips weg das hat er vorher nicht gemacht was passiert ja nicht hier andere waffen was für ein spiel habe ich da nur angefangen ja 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 Das Spiel ist schräg. Ernsthaft? Ich weiß nicht, ob ich das Spiel beenden kann. Wir werden sehen. Ich habe gerade bei dem letzten Kampf am Ende gar nichts mehr gerafft. Ich habe einfach alles Mögliche gedrückt, in der Hoffnung, dass es was hilft. Gut. Bring mal hin. Irgendwie.